Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Degusta-Box aus dem Monat Dezember. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. 15,99 Euro kostet diese Box monatlich, erscheint auch monatlich. Und ihr könnt mit meinem Code, ich glaube 6 Euro sparen, sodass ihr die erste Box für 9,99 Euro bekommt. Das müsste Claudi sein oder Claudis Welt. Claudi müsste das sein. Ich setze euch alles mal in die Infobox und ich darf auch eine Box von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox, schau super gerne einfach mal rein. Wir haben hier eine Box, die gefüllt ist mit Lebensmitteln. Also wir haben hier sowohl ganz normale Basic-Sachen, aber auch mal so ein paar Sachen, wo man halt so links und rechts geschaut hätte, wenn man so offen durch den Supermarkt gegangen wäre. Und ja, sie ist relativ schwer, weil wir auch Getränke mit drin haben. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein und schauen, was die Boxenpacker sich für den Dezember überlegt haben, für den Monat, wo wir sowohl Weihnachten als auch Nikolaus, als auch Silvester haben. Also da kann richtig was abgehen. Genau, dann haben wir hier Werbung. Wir wünschen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das finde ich süß. Das ist wirklich eine Karte, die man auch so verwenden kann. Noch mehr Werbung. Ach, ich kann schon viel Werbung ist mittlerweile am Start. Ja, fröhliches Beisammensein ist hier auf jeden Fall das Motto. Und ich sehe hier schon direkt, dass das Produkt des Monats wirklich meins sein wird. Oh mein Gott, ja! Mrs. Muffin, hallo! Mini-Muffins mit Schokoladenfüllung haben wir zuallererst mit dabei. Da sind acht Muffins drin. Perfekt, wenn mal spontan Besuch vorbeikommt und man jetzt nicht irgendwie einen Kuchen da hat, den man mal eben schnell machen oder präsentieren oder geben kann. Und nee, das finde ich klasse. Also sowas mag ich auch super gerne. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich klasse. Ich freue mich immer über diese Mini-Küchlein, wenn wir sowas drin haben. Auch das ist super prassisch. Wir haben hier Cornflakes drin. Und zwar Bio- und Glutenfrei-Cornflakes. Ohne Salz- und Zuckerzusatz, Ballaststoffquelle. Al-Navid. Frei von vielem. 250 Gramm sind hier drin enthalten. Sieht wirklich nichts... Also doch, die sehen sehr basic einfach aus. Also ich mag super gerne Müsli und ich mag auch super gerne Cornflakes. Ich würde mir da aber tatsächlich irgendwas noch mit beimachen, dass das Ganze etwas süßer wird. Sonst wäre mir das wahrscheinlich zu wenig. Oder man macht sich das in Joghurt oder so mit rein, um einen gewissen Crunch zu kriegen. Könnte ganz gut laufen. Ja, ne? Genau. Vielleicht das so als vielleicht, vielleicht für die guten Vorsätze, die man sich dann irgendwie macht, dass man das Ganze etwas gesünder angehen möchte. Ich mag es aber gerne auch sehr süß, sagte sie. Und hatte letztens noch zu ihrem Freund gesagt, na, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich muss mal vielleicht ein bisschen mehr Sport machen. Und freut sich wie ein kleines Kind über diese Dinger. Wäre das Original Karamellpopcorn? Wie geil ist das bitte? Also das ist super, super lecker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn nicht, probiert es. Oh mein Gott, das ist so lecker. Und das gibt es auch mit Brezeln. Hatten wir auch mal drin, irgendwie in Boxen oder in Adventskalendern. Also da könnte ich mich wirklich reinlegen, ne? Das Ding ist auch eingeatmet. Das sind 140 Gramm. Das habe ich 0, nichts leer. Und mir läuft jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Das ist jetzt schon mein Highlight. Egal, was jetzt noch kommt. Und hier habe ich jetzt eine Madras Currypaste. Hot. Oh je. Genau, damit kannst du dann dein Essen etwas aufpimpen. Also finde ich ganz cool. Vor allem, wenn man dann bedenkt, dass man vielleicht zu den Feiertagen ein bisschen Gas gibt mit dem Kochen. Aber dann ansonsten mal auch etwas einfache Gerichte machen möchte. Ist es ganz cool, wenn man sowas da hat, ne? Wir sind jetzt nicht so die Currymenschen. Deswegen wird das jetzt nicht sein, was unbedingt bei uns bleibt. Dann ist hier noch was ganz Klassisches drin. Und das finde ich super. Und zwar ist das Van Heela Original Tomatenketchup. Den hatten wir auch mal irgendwo in einer Box oder so. Den haben wir aktuell in Anwendung. Mag ich sehr gerne. Und ich esse gerne Ketchup so viel. Also auch mit Nudeln und so. Das ist halt schon ganz cool. Und ich glaube auch, dass einige so Richtung Weihnachten, Heiligabend, Silvester grillen zum Beispiel. Da kommt auch so ein Ketchup ganz gut. Dass man da einfach seine Würstchen mit essen kann. Das finde ich klasse. Das sind Kinderduos. Und das sieht auch so ansprechend aus. Also hier haben die wirklich eine Spielkiste für Claudi gemacht. Ich sag's euch. Also hier sind so viele tolle Sachen drin. Finde ich großartig. Ich liebe Kinderschokolade. Ich habe gestern noch so eine komplette Packung Kinderschokolade leer gemacht. Weil einmal aufmachen, direkt eingeatmet. Einfach super lecker. Ist nicht gesund. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber es ist einfach lecker. Und da freue ich mich, wenn ich sowas in der Box drin habe. Und ich weiß nicht. Ich bin halt wirklich jemand. Das sage ich auch immer mal wieder bei diesen Unboxings. Ich gehe oft im Supermarkt wirklich gezielt nach meinem Einkaufszettel. Klar, das eine oder andere kommt noch mit rein. Aber ich kaufe mir halt immer so die Marken, die ich so sonst hole. Und ich bin auch so ein Sparfuchs. Ich kaufe mir dann einfach auch lieber mal die günstigeren Sachen. Das heißt, diese Kindersachen oder wäre das Original Karamellpopcorn, das würde ich so nicht mitnehmen. Einfach, weil ich da so geizig für bin. Und wenn ich das aber in so einer Box drin habe, finde ich das großartig. Du sparst dir ja auch ein Stück weit mit bei, weil der Warenwert eh höher ist als das, was du dafür ausgibst. Und dann wirst du auch noch inspiriert, dass du dir vielleicht mal einfach so ein bisschen was gönnen darfst. Hier habe ich von Wildtener Gebirgskräuterlikör. Yo, den werde ich nicht trinken. Den wird mein Freund nicht trinken. Das sind 30 Prozent, 0,02 Liter. Also auch das, ja, so als kleiner Absacker nach dem sehr opulenten Weihnachtsessen vielleicht. Aber das nix mal nämlich über. Ne. Mighty Mango habe ich ja auch noch total beliebt, belebend. Super Fruit Sirup mit Vitamin, Mineralien und Ingwer. Gut, dass ich das schon vorab gelesen habe und nicht das Ding auf einmal getrunken habe. Alles schon mal vorgekommen. Funk, okay. Da kannst du einfach dir Wasser in dein Glas machen und dann machst du dir ein Teil Funk und sechs Teile Wasser. Schmeckt mit oder ohne Kohlensäure. Das ist super. So habe ich das hier oben auch immer. Da habe ich einfach, dass ich mir hier einen Krug hinstelle mit Wasser und das dann hier immer trinke. Und dann kann ich das auf jeden Fall hier oben haben. Das wird ganz gut funktionieren. Hier haben wir auch noch ein Getränk von Red Bull, the Winter Edition Energy Drink. Birne, Zimt. Ich glaube, weder mein Freund noch ich werden das feiern. Belebt, Geist und Körper. Also Red Bull, ja, mag ich. Aber mit Birne und Zimt ist, glaube ich, echt hardcore. Also da muss man wirklich Zimt-Liebhaber sein. So sehr mag ich jetzt nicht Zimt, dass ich das auch noch in so da, nee. Dann habe ich hier Reezys drin. Reezys sind auch super lecker. Die sind, glaube ich, mit Erdnussbutter. Genau, Peanut Butter in der Crunchy Shell. Das ist halt so meins, ne? Ja, da haben sie sich überlegt. Wir machen jetzt mal eine Cloudy-Box, weitestgehend. Und haben das hier mit reingepackt. Das finde ich super. Oh, habe ich jetzt schon Bock drauf. Wir haben eben Abendbrot gegessen, Cloudy. Ja, 185 Gramm sind hier drin. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Also, freue ich. Ich glaube nicht, dass ich das Popcorn und die Reezys zusammen essen werde. Oder doch? Vielleicht doch. Dann haben wir hier Jelly Beans drin. Die gab es mal eine Zeit lang sehr inflationär in Degusterboxen. Hier sind sie mal wieder. Gourmet Jelly Beans von The Jelly Bean Factory. Surprise Flavor Mix, 28 Gramm. Ja, also nur das ist halt so eine Kult-Süßigkeit. Ich persönlich kenne die seitdem Harry Potter so on fleek gekommen ist. Also seitdem ich so in der... So seit den 2000ern, glaube ich, würde ich mal so sagen, ist es ungefähr dann auch nach Deutschland gekommen. Und weil das halt so ein bisschen an diese Bertie Spots Bohnen erinnert, glaube ich. Ja, ist ganz süß. Kann man sich auch mal essen. Ich finde es gut, dass wir hier eine kleinere Größe drin haben. Denn wenn wir halt so einen großen Pott drin haben, den haben wir mal so angefangen zu essen. Aber niemand hat den wirklich komplett aufgegessen bei uns zu Hause. Also weder Schatz hier noch ich, noch unser Besuch. Dann habe ich hier noch zwei Geschichten drin. Ich glaube, dass es eher Proben sind, oder? Weiß ich nicht. Das ist von Mazzetti was. Sehe ich das hier irgendwo? Doch. Das ist hier auch aufgeführt. Okay, 60 Cent ist ein Sachet wert. Okay. Deinem Gericht fehlt Mazzetti. Das ist das hier. Das ist Aceto Balsamico. Perfekt für Soßen, Marinaden und Dressings. Okay, ja. Also theoretisch 10 Milliliter reichen auch, wenn du dir so ein Salatdressing machst oder so. Aber das sollen sie jetzt bitte nicht anfangen, dass die hier so kleine Probegrößen reinpacken. Ich glaube, das kommt generell nicht so gut an. Bin ich ehrlich. Hat so auch nicht gegeben. Das würde ich jetzt nicht so empfehlen. Und dann gibt es hier noch viel, viel mehr. Oh mein Gott. Ich habe hier auch richtig Konserven drin. Sowas finde ich immer total praktisch. Ananas Stückchen. Geil. Von Del Monte. Finde ich großartig. 40 Gramm. 140 Gramm sind hier drin. Meine Familie ist ein bisschen weird manchmal, was Essen angeht. Ihr habt ja das ein oder andere Mal auch meine Obsession zu Apfelmus mitbekommen. Auch Ananas ist so eine Sache, die wir sehr, sehr merkwürdig verwenden bei uns. Aber sehr gerne mögen. Und zwar, wenn wir Herrencreme herstellen, dann wird in Herrencreme Ananas reingemacht. So, die Stückchen. Das ist so der ganz besondere Pfiff. Ist total weird. Ich weiß. Also jeder, der bislang bei uns zu Besuch war und das mal probiert hat, sagt, ach was zur warum? Und das ist halt bei uns so üblich. Keine Ahnung. Wer sich das irgendwann mal von meinen Ahnen überlegt hatte, ist so ein Familiending bei uns. Und dann habe ich hier noch frisch vom Feld Bollotti-Bohnen von Buon Duel. Ja, wenn du vielleicht einen Chili con Cano oder sowas machst oder keine Ahnung, Bohnensalat, was auch immer. Ja, wäre jetzt bei uns, glaube ich, nicht so ultimativ im Einsatz. Da sind wir nicht so, dass wir viele Bohnen essen. Also das wird wahrscheinlich dann weiter wandern. Aber bei mir ist es halt so, wenn ich hier Sachen aus der Box nicht verwende, geht das zum Beispiel zur Tafel oder ich spende das. Also bei mir wird halt ungefähr nichts an Lebensmitteln weggeworfen. Da sind wir wirklich sehr, sehr konsequent bei uns zu Hause. Dann habe ich hier noch zwei Sachen drin. Nut Butter Bar. Chocolate and Peanut Butter. Das ist halt so meins. Endlich hat Cliff sich mal getraut, hier was anderes reinzupacken. Wie oft hatten wir diese Cliff Bar Riegel drin. Jetzt kommen sie endlich mal mit der Nut Butter Bar in die Ecke. Finde ich großartig. Also finde ich wirklich toll. Und das werde ich mir dann auch mal so zwischendurch gönnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt hier abends um 8 Uhr am Drehen und wenn ich dann so zwischendurch mal ein bisschen Hunger kriege, ist sowas einfach optimal für mich. Und als letztes habe ich hier auch noch was ganz Aufregendes von Hengstenberg. Paprika Tomatenmark mit Chili. Das ist auch interessant. scharfes Tomatenmark, scharfes Paprika Tomatenmark, weil du 63% Paprika Mark hier mit dabei hast. Unsere Paprika Tomatenmark, unser Paprika Tomatenmark mit Chili. Das ist spektakulär. Sowas kann ich mir auch mal vorstellen, dass man sich das einfach mal so gönnt. Und wenn wir zum Beispiel, vor allem Schatz, siehst du bei uns, der kocht zu Hause, aber eher so einen geilen Braten macht oder so und dann dazu halt die Soße, dann macht man das ja ganz gerne, dass du dann ja in die Pfanne noch so hier Tomatenmark mit reingibst und dann halt einen Schuss Balsamico oder Wein oder sonst irgendwas. Und wenn du da hier sowas hast, dann ist das natürlich eine ganz spezielle Kiste. Ich glaube, das kommt ganz gut. So, ihr Lieben, das ist jetzt einmal die Box gewesen. Ich kann es nicht anders sagen, als dass ich die großartig finde. Das ist ein toller, tolles Ende in das Jahr 2023 von der Degusta Box. Das haben die toll gemacht. Wir haben hier Basic-Produkte mit dem Tomatenmark, mit den Konserven hier auch mit dabei. Aber wir haben auch so speziellere Sachen, Paprika Tomatenmark und das Popcorn natürlich, traumhaft. Und ich finde es schön, was wir hier drin haben. Also, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ich feiere diese Box. Ich finde sie immer wieder empfehlenswert und stelle sie euch deswegen immer super gerne vor und auch schon seit Jahren. Und ja, dann wäre es das ja auch schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.